Petro Lombardi, 30, und seine Freundin Laura Maria Rüper, 26, könnten im Moment wohl kaum glücklicher sein. Vor wenigen Tagen verkündeten der Musiker und seine Liebsten nämlich eine wunderbare Neuigkeit in den sozialen Medien. Die beiden erwarten im Moment ihr erstes gemeinsames Kind. Aber wissen Petro und Laura eigentlich schon, ob sie sich auf einen Sohn oder auf eine Tochter freuen dürfen, im Rahmen eines Instagram-Livestriams gewährte das Paar jetzt weitere Einblicke in die Schwangerschaft, doch das Geschlecht ihres Babys kennen die beiden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen es aktuell selbst noch nicht, betonte Laura, und erklärte zudem, wir wollen uns ein bisschen überraschen lassen. Sobald die werdenden Eltern das Geschlecht erfahren, wollen sie es aber auch ihren Fans verraten. Ob es letztendlich ein Junge oder ein Mädchen wird, ist aber sowohl Petro als auch Laura egal. Hauptsache gesund, keine Frage, stellte Pie klar und fügte hinzu. So eine kleine Prinzessin wäre schon schön. Mein Bauchgefühl sagt Junge. So eine kleine Prinzessin wäre schon schön. So eine kleine Prinzessin wäre schon schön. So eine kleine Prinzessin wäre schon schön. So eine kleine Prinzessin wäre schon. Untertitelung des ZDF, 2020